Heute geht es um zwei Leute, die unterwegs sind im kalten, kalten Schnee. Und die Kinder erzählen uns dazu eine schöne Geschichte mit Bewegungen. Also lasst euch überraschen und macht euch jetzt bereit, das nächste Türchen öffnet sich weit. Es schneit, es schneit, da gibt zwei arme Leute. Sie kommen an ein großes Haus, da schaut ein dicker Wirt heraus. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Ein fettes Morgen früh. Habt ihr auch Geld? Oh nein, oh nein. Dann kommt ihr hier nicht rein. Es schneit, es schneit, da gibt zwei arme Leute. Sie kommen an ein großes Haus, da schaut eine dicke Wirtin raus. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Ein Bett bis morgen früh. Habt ihr auch Geld? Oh nein, oh nein. Dann kommt ihr hier nicht rein. Es schneit, es schneit, dann kommt ihr hier nicht rein. Es schneit, es schneit, es schneit, es schneit, es schneit. Da gehen zwei arme Leute. Sie kommen an ein kleines Haus. Da schauen Ocks und Esel raus. I, A, Mu, 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 I, A, Mu, Mu, Kommt nur herein. Hier habt ihr Ruhe. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.